Also, in diese Richtung nicht, weil die gesagt haben, in diese Richtung, da ist ja der BR, ja eben, das kann es nicht sein, weil da sind wir reingefahren. Also Sendinger Pro ist da hinten und da fährt die B6 auch von Weckmann. Also praktisch wieder zurück? Ja. Gut. Bye. Gute Fahrt. Danke. Der Garakom vom Gefahr unterwegs mit dem Famebike. Danke sehr. Good luck. Bayern, Lyon. Ribéry, Robben. Final genial von Gall. Galakom.tv